Klinsmann ist der 35. Trainer der US-Nationalmannschaft. Sein erstes Spiel mit der Mannschaft hat er am 10. August gegen Mexiko in Philadelphia. Die Landeswelle Nachrichten aus Thüringen, für Thüringen und damit rüber zu Bastian Bender und dem Landeswelle-Wetter. Das Landeswelle-Thüringen-Wetter. Die Temperaturen jetzt gerade im Freistaat. 17 Grad in Bleiche-Rode, 19 Grad sind es in Altenburg und 20 Grad in Günthersleben, Wechmer. Überall wird gerade gegrillt. Gucken wir auf die Temperaturen später. Um 12 Grad werden es sein. Im Osten Thüringens ist gerade der letzte Regen rausgezogen. Jetzt ist es manchmal ein bisschen bewölkt, manchmal ist der Himmel klar in den nächsten Stunden. Morgen dann ab und zu Regen im Osten. Ansonsten Sonne und Wolken bei Temperaturen bis 19 Grad. Der Sonntag fällt ähnlich aus. Am Dienstagmittwoch wird es langsam wieder wärmer bei uns in Thüringen. Der Landeswelle-Verkehr. Schneller, aktueller. 20.04 Uhr ist es und auf der A9 Richtung Berlin haben wir immer noch die Baustelle. Deswegen 7 Kilometer Stau zwischen dem Hermsdorfer Kreuz und Eisenberg. Vorsicht, auch die Nebenstrecken sind hier zurzeit überlastet. Die Blitzer zutreiten in Thüringen. Auf der A4 Richtung Frankfurt an der Abfahrt Magdala. Auf der B4 Richtung Erfurt an der Abfahrt Elksleben. Und außerdem auf der B7 zwischen Umverstädt und Weimar am Landhaus in Richtung Weimar. Melden Sie auch Staus und Blitzer unter 0361 7 mal die 2. Das ist die Landeswelle-Verkehrsleitstelle. Der Landeswelle-Verkehr. Schneller, aktueller. Dank mehr als 6000 Landeswelle-Verkehrsreportern auf den Straßen und dem Landeswelle-Blitzdienst. Landeswelle! Achtung, XXL-Grill. Hier ist das große Landeswelle-Parallelgrillen in Thüringen. Denn Sie wissen, dabei bin ich nicht alleine, sondern Landeswelle-Chef Frau Gleis-Algut ist sozusagen der wichtigste Mann des Abends. Denn während ganz Thüringen zu Hause im Garten grillt, haben wir im Landeswelle-Garten ganz schön was aufgebaut. Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht war eben sehr begeistert von ihrer Bratwurst. Das hat Ihnen schon mal gefallen, nehme ich an. Davon gehe ich mal aus. Jetzt bin ich gespannt, was die Meute sagt zum Nachtisch. Denn im Dessert haben Sie auch vorbereitet. Bananen mit Gummibärchen und Marshmallows. Genau, wir haben einfach ganz kleine Bananen genommen, haben die längs halbiert. Marshmallows drauf, Gummibärchen drauf und jetzt kommen die einfach auf den Grill. Bitte schön. Und liebe Thüringer, während Klaus Albut das macht, können Sie zuschauen. Auf www.landeswelle.de gibt es nämlich einen Livestream von unserer kleinen Grillparty. Ja, klein ist gut, ne Michael? Klein ist gut, ja. Ganz schön groß. Wie lange brauchen die Bananen jetzt? Naja, ich denke so knapp 10 Minuten. Okay, dann spielen wir so lange ein bisschen Musik. Und Sie wissen, Sie können sich jederzeit gerne Lieder wünschen unter 0361 7 mal die 2. Alexander möchte zum Beispiel Bachmann-Törner-Overdrive hören. Hier ist der Alexander aus Fraunwald und wir melden uns vom Bunkermuseum. Bei uns ist die Stimmung fantastisch. Wir machen super mit beim XXL-Grillen. Hier sind ungefähr 300, 350 Leute und freuen sich an dem noch schönen Abend mitmachen zu dürfen. Die neunste Abwechslung mit den besten Songs aller Zeiten. Landeswelle, Thüringens Rock und Pop und Gellradio.